Mein Name ist Stefan Müllbauer, ich bin beschäftigt bei der Venus Werbeagentur in Bogen. Ich bin dort zuständig für die Projekteinrichtung und Platzhalterprogrammierung für Print-Komet. Den setzen wir seit 2006 bei uns im Haus ein für die Katalogproduktion. Begonnen hat das Ganze mit einer Inhouse-Datenbank, das wir dann mittlerweile jetzt umgebaut haben zum Web-to-Print-Workflow, der also komplett webbasierend läuft. Wir produzieren momentan circa 50 Kataloge im Jahr, mittlerweile kommen auch sehr viele iPad-Apps mit dazu und die Tendenz ist dank des Print-Kometen von Werk 2 steigend.